Alle sind ja so digitalisch, sind ja auch digitalisch. Da sind sie noch nicht auf dem Berg drum. Sie können runter jodeln, ist nicht digital. Ja, das ist gut, oder? Schwer bewaffnet, so zielfremder. Darf ich mal Chinesisch hören? Was? Irgendwas, ist ganz wurscht was. Über die Musik in Burghausen. Musik in Burghausen? Ja. Auch Chinesisch. In Chinesisch, nicht in Deutsch. Weil ich höre so gerne Sprachen. Was heißt das? Musik in Burghausen. Wie heißt das? Musik in Burghausen. Inidor seine Burghausen. Ja genau, Yinue. Yinue ha seguinte Musik. Yinue. Yenue. Yinue. Yinue. Yinue, Yinue. Yinue. Yinue, Yinue. Yinue ist Musik. Yinue ist Musik. Yinue ist Musik. Yinue, Fay. Yinẹisei Burghausen. Yin6ue아. Yin 1uó sage Burghausen. W안zzinn! Das ist die Dschungel. Ja, danke. Ich bin ein Verbotener. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Sprechen Sie auch Deutsch? Nicht sehr gut. Nicht sehr gut, doch sehr gut. Das ist eigentlich Chinesisch. Ich glaube, Chinesisch kann ich überhaupt nicht auch. Ein Schulabauer. Wissen Sie, dass Chinesisch und Bayerisch verwandt ist? Zum Beispiel, ein wenig zu wenig. Oder ein wenig zu viel. Wissen Sie, was das ist? Ein bisschen zu viel und ein bisschen zu wenig. Zu viel und zu wenig. In Bayern, ein wenig zu wenig ist zu wenig. Und ein wenig zu viel ist zu viel. Also Chinesisch und Bayerisch ist verwandt, oder? Ich bin ein Chinese. Nein, ich bin ein Pechinese. Weil ich ein Hund bin. Ja, Puppa. Versteht schon. Ja, dein Wasser, danke. Prost. Hallo, ich muss arbeiten. Grüß dich! Jeffrey, lieber Freund, hallo! Lass dich umarmen! Ich wünsche dir alles Gute, Jeffrey! Gell? Ja, so. Meine Damen und Herren, das ist der Chef Clark. Wir zwei beide. Wie lange kennen wir... Moment... Wie lange kennen wir uns jetzt schon eigentlich? Ja, über 40 Jahre. 40 Jahre? Über 40 Jahre. Oh, ja. Gell? So, und dort ist der... Wer ist der? Der Mickey Rocker. Mickey Rocker. Ah, ja, Frank St. Peter. Frank St. Peter. Ich gehe mal auf der Frank, der liebe Franky-Boy. So. Billy Brooks? Was? Billy Brooks? Ja, Billy Brooks. Hallo, hi. Darf ich mal... Da haben wir mal vorbei zum... Billy... Ja, was bin ich los? Los, aha. Da könnte ich Ihnen helfen. Ich will nicht... Ich will nicht so... 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 Das ist der Chef Clark. So... Chef, von dir habe ich auch zwei Fragmente im Keller. Ich... Ich muss ich mal weiter mal... Einmal so... In dem Bogen... Da, wo du rechts drin sitzt... Und so ein bisschen eingenickt bist... Und einmal.... Hallo, hau grüßt euch, ich bin der Knacks... G.Punk, selber... Maler... Meines Zeichens Filmemaler... Und das ist der Helmut Pürtl. Das Quattrofon ist das. Der Don Quattro. Was? Ich hör nicht auf. In Hapsen da gerade laufen. Das ist ein alter Film von Zoller. Ah, von Zoller, ja. Ja, Helmut, ich filme jetzt die Bodenplatten, gell. Länge die Nina Hagen. Und da, da sag ich's. Ja, ja. Nein, ich hör nicht auf. Ich fang erst so. Also. Wolltest du gar nicht mehr anbinden? Schluck Wasser, den muss ich gleich wieder weg. Ich muss einkaufen. Mineral. Mineralwasser, ja, ja. So. So, jetzt schirrf ich gleich. Bring ja ein Glas. So. Das ist ein Problem, das ist ein Problem, das ist ein Problem. Musik 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 Vielen Dank.